Wie wichtig ist es für dich, dass andere Menschen deine Beziehung akzeptieren und warum? Ich glaube, das ist wichtig, weil eine Beziehung ja auch immer mit einem Menschen ist, mit dem man eng verbunden ist und der dann auch so ein Teil von einem selbst wird. Deswegen ist ja so eine Beziehung akzeptieren auch immer so ein bisschen selbst akzeptiert werden. Aus meinem direkten Umfeld, da ist es mir schon sehr wichtig. Bin ich aber tatsächlich auch erst drauf gekommen, als dann plötzlich immer ein Thema war, dass ich hier mit jemandem zusammen bin, mit Migrationshintergrund. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich will einfach authentisch bleiben können. Und da kommt es eben darauf an, dass mein Gegenüber das eben akzeptiert und respektiert. Und das ist mir wichtig einfach, dass ich mich nicht verstellen muss. Mir ist es schon wichtig, dass andere Menschen meine Beziehung akzeptieren, weil Mangel an Akzeptanz eine Beziehung belasten kann. Mir ist es natürlich wichtig, dass andere Menschen meine Beziehung akzeptieren und das dazu führt, dass ich halt allen davon auch erzählen kann, also dass ich nichts verheimlichen muss. Ja, muss ja nicht jeder meine Beziehung gut finden, aber die Personen in meinem näheren Umfeld, die sollten die schon irgendwie unterstützen. Bei allen anderen, man erzählt ja mal und man sagt, was man mit seinem Partner oder seiner Partnerin gemacht hat, erlebt hat. Und wenn da ein komisches Feedback kommt, da kann man so ein bisschen Abstand halten. Aber ich glaube, so der enge Kreis, der sollte auf jeden Fall akzeptieren. Ja, genau, finde ich auch. Also für mich ist es auch ganz wichtig, dass die Beziehung akzeptiert wird, einfach um mit den Menschen offen umgehen zu können, egal wohin ich gehe, egal wem ich unsere Beziehung oder den Menschen auch vorstelle, ob es jetzt Freunde sind oder Bekannte. Und, aber ich denke, dass die Menschen, die mich mögen, eigentlich dann auch meine Beziehung akzeptieren. Oder es sind dann entweder keine Freunde oder sie, ja, werden dann ausselektiert, wie auch immer, oder sie dann selbst sagen, nein, aber ich glaube nicht, dass ich mit Menschen befreundet bin, die meine Beziehung nicht akzeptieren würden.